Hallo, ich bin Andrea Dallan, Geschäftsführer hier in der Firma Dallan. Wir sind heute in unserer Halle Nummer 3, wo wir unsere Präzisionswerkzeuge herstellen. Wir sind hier heute, weil wir wollen Sie einladen zu unserer nächsten Masterclass, wo wir werden sprechen von der Produktion von unseren Präzisionswerkzeuge, spezifisch unsere Profilierer walzen. Und in dieser Area, wir haben dieses Jahr unsere Kapazität erhöht, von 11.000 Rollen im Jahr bis 16.000 Rollen im Jahr, also etwa 50%. Wir werden also in dieser Masterclass von allen verschiedenen Phasen der Produktion von unseren Rollen. Also die Programmierung im Büro, dann der Schnitt vom Rohmaterial, die erste Bearbeitung, dann die Hartung und die Endphase, wo wir zu der finalen Oberfläche ankommen. Das wird eine sehr, sehr interessante Masterclass sein. Also, wenn Sie anmelden wollen, Sie können zu unserer Website masterclass.dallan.com kommen oder Sie können uns schreiben an unserer E-Mail eng.dallan.com. Also, herzlich willkommen bei Dallan. Ich warte auf Sie und bis nächstes Mal. Tschüss.